An den wunderschönen Kunden wünsche ich euch heute ein neues Video in Outerfrische, wie ihr wisst, selbst gekauft. Ja, es ist soweit. Mein Sohn hat am 21. September Geburtstag. Und ja, das Video konnte ich nicht eher machen, weil ich weiß, dass er ab und zu bei YouTube reingucken tut. Auf meinem Kanal. Mein bester Fan. Daumen hoch. Ja, und ich hab ihn gefragt, was er sich so halt wünschen tut. Und da gibt es eine Person, die er besonders mag. Und er hat heute eine Puppe rausgebracht oder ein Milchtier rausgebracht, was ich euch heute zeigen möchte. Der ein oder andere wird den YouTuber schon kennen. Ja, wer es nicht kennt, Glückwunsch. Das weißt du es. Der Preis, ja, sind fast 40 Euro. Aber naja, was tun wir halt machen. Sicher ein Geburtsdagsgeschenk. Das kennen wir ja alle. Ja. Ja. Geht gut ziemlich flott. Ach, die Eimer. Ich sehe es schon. Es ist halt Kinder. Er macht halt beides Geld. Es gibt Kinder-Content. Ausberuft. Wie. Ja. Nö. Ach du Heimatland. Naja, ich muss ihn nicht schön finden. Das ist echt, das ist echt nicht schön so was. Aber mir muss es nicht gefallen. Wollt ihr sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie der hier heißt. Ich benenne ihn jetzt mal nicht. Da gab es noch eine Kotte dazu. Gitter. Mit dem Erhalten dieser Urkunde bestätige ich. Punkt. Punkt. Ihr habt es ja gerade gesehen bestimmt. Ach scheiße, er ist Palutenmensch. Fertig. Er hat sich so Paluten durch die Tür gewünscht. Die Übertragung des Sorgerechts über Mini. Ne, was ist denn das hier? Das ist ja nicht witzig, oder? Mini Paluten. Das ist ja, der ist größer wie Spalt. Vertrauens, vertrauensvoll auf. Mit dem. So, hier muss man zur Unterschrift von Fabian drauf. Mit dem, der bitte. Gute Fürsorge. Verbleibe ich. Hochachtungsvoll. Aha. Also hier muss er also. Ach ja, jetzt kann es ja noch was sehen. Also hier muss jetzt der Namen, der Vor- und Zunahme von meinem Sohn drauf. Ja, und dann ist das schick. Ach, das ist... Da schreibt der in echt, Herr Mini Paluten, da krieg ich ja... Was ist denn dann... Wenn das schon Mini... Was ist denn dann... Ne, da komm ich nicht klar damit. Echt nicht. Da schreibt der hin, echt, Herr Mini. Ja... Also ich weiß nicht. Damit ist er mehr. Also damit ist er mehr. Knallenlos nur auf den Zeichen gegangen. Wann ist der da, wann kommt er und und und. Also der hat sich komplett auf den eingeschossen, he. Der guckt den auch gerne. Ja, der mag den. Warum? Keine Ahnung. Schon mal das mal angeguckt? Ne. Damit will ich es nicht. Kann uns daran liegen, dass ich halt so alt bin. Ja. Weil mit 44 bist du so... Ja, jetzt wird der eine noch sagen. Ja, guck mich mal an. Na, was soll ich denn sagen? Ja, ich kenn dich nicht. Wer tut dir guckt. Ja. Und jetzt geht es um mich und... Und halt den Mini-Paluten, ne. Ich hab ihn gerade reingelegt. Ich hab ihn gebetet. Ja, was ich aber schön finden würde, ist wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Ein Abo wär schön. Ist aber hemmus. Ja. Einen Wurf in den Kommentaren, wie ihr das Geschenk findet. Öhh... Ja. Ob ihr den Mini findet. Das ist... Da komm ich immer noch klar damit, he. Weil Mini ist bei mir was anderes. Der Hälfte der Verleih Sogier gewesen. Also von hier bis hier wäre vielleicht Mini gewesen. Ja. Aber nicht hier. Das ist ja... Okay. Ja. Macht euch... Macht euch eigentlich Hexern? Ach. So. So. Daher verlooten. Und ich, der Silberquelle, sagt euch jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. Und seid lieb. Ach. Er ist schon satt. Er will meinen Content nicht mehr sehen. Hm.